Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme Rocket Leach zusammen mit Tiago und mir Hallo 2 gegen 2 Drop the range Guck mal dass ich geschossen ist Ah Oh Alles klar Dribbling Boss Ich glaub die haben nicht damit gerechnet dass ich den nur antippe Ich hab den nur so nach links unten weggeschoben Damit der wenn der springt vorbei hilft Ja weil die Wurstweinwurst Also ich find ihn da echt sehr interessant Äh Dennoch den ihres Spielball ist das ja interessant Oh verdammt Ach komm War ja wohl im Pass Was Was das Das vom Beihüpfenbein pass Ja aber ich hab ihn ja noch nicht Ja Also vor 10 Minuten hab ich den Ball mal berührt Ich hab ihn schon fast erwartet dass du da verspringst Er ist sehr weit nach oben gegangen Okay Was ich da jetzt gemacht hab ist Weiß ich auch nicht Ich weiß nicht was das hier gesäuert hat Oh ich hab ihn gekehrt Nice Du hast ihn voll auf mich geschossen irgendwie Du hast ihn voll auf mich geschossen irgendwie Du hast ihn voll auf mich geschossen irgendwie Ich bin dann einfach von oben mit dem Turm runter So in etwa Nur dass ich halt den Top hab Oh nein Alles klar Oh nein Oh nein Yeah Vorlage Ganz easy nur so rückwärts Ist aber auch sehr viel Lack dabei dass der nicht mehr hinkam Ja Aber So in der einen hab ich wieder ausspielen können damit Wir haben beide geschossen Ja wir haben beide geschossen Hehehehe Okay damit hab ich nicht gerechnet Auch interessant So aber an sich sieht es eigentlich ganz gut aus Oh verdammt Oh verdammt Meiner Nichts Wenn ich schon sagt Meiner Verfehle ich glaube ich nicht mal Und ich hab ihn auch sehr schön verschossen Nee oder Und ich hab ihn auch sehr schön verschossen Komm Ich dachte ich hätte 3 Tore Nee ich hab 3 Tore Ha Ich bin doch immer im letzten Spiel Und ich hab ihn auch sehr schön Sorry 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 Oh man Überspring 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 Nein 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 Alter das ist echt fändlich Wenn du ihn zumindest ein bisschen abgefälscht hättest Nein du springst einfach 100% vorbei Jaaa Mach du Geht nicht Boah verdammt Boah verdammt Ups Schade Okay Haben wir's beide noch probiert Hehehe Hehehe Ja mal wieder Silber Hehehe Ja ich bin 8 Punkte vor Golde Schafft mir jetzt Würde gern nochmal gegenspielen Ja der Ball die Wurst weit wurf und der mit der Wurst tanzt Man nennt der Gegner Mann nennt der Gegner Ja Warne Geist Dafür bekommst du ne Vorteile Ja ich hab ihn dir ja auch genau da hingelegt Der erste Schuss war total beim Wurzelt Ja aber er hat den zweiten vorgelegt Der zweite dachte ich ich schieße drüber Dachte ich ich schieße drüber Warte Warte War gut Okay du wurdest ja Schon gesehen Aber jetzt Roman Ausspiel Taktiken des Wurfis Ich bin extra nicht mit Togo hingefahren Einfach nur so bisschen zugucken Hehehe Das war doch wieder sehr schön ausgespielt Oh Das war Nicht schlecht Und da hab ich ihn wieder ausgespielt Ah den hab ich leider wieder nicht bekommen Nein 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 Ich hab versucht ihn zu klären Ja Er will so oder so rein War da so knapp dran Ok na toll damit hab ich auch nicht gerechnet Der ist gut. Der R-Typ C bis jetzt noch nicht so, aber... Also Paranoid kann ich sehr gut ausspielen, oh fuck sorry. Ja, dafür... Ja, das war meine Schuld. Da hab ich meine eigene Vorlage verkackt. Ich konnte gerade dann nichts mehr anderes machen, als auf ihn zuzufahren und zu hoffen, ihn treffe den Ball doch irgendwie. Boah! Das ist jetzt ein Witz, oder? Ich bin extra auf Seite. Ich bin jetzt hier, aber ich wusste nicht, dass du fast beide zu mir fährst. Aber es kam noch an. Ach komm! Wo käme bei dir die Welle auch immer so ein bisschen, wenn die den schießen? Als würde der erst verfehlen und dann... Nein. Aber dein Ping ist auch noch hoch. Okay, ich hab ihn getroffen, aber... Oh shit. Alter... Der eine versucht dich wegzusprengen, oder hat dich wegzusprengen und der andere versucht... ... ... ... ... ok oh man hey night you 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 I 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